willkommen zurück auf mini brunnen wir sind beim landwirtschaftssimulator und ich habe mich entschlossen jetzt doch noch der reste auf der auf den kartoffelfeld zu verschütten und zwar solange es dort nicht sprießt kann ich ja drüber fahren hoffe ich zumindest so halt so rum das heißt ich nehme jetzt in meinen kleinen glühspur helfer hat die arbeit erfolgreich beendet nein wer hat die arbeit erfolgreich beendet so du hast die arbeit erfolgreich beendet was ist das da was ist das da arbeit erfolgreich beendet ja mein freund einmal mit profis stop so schau mal wie viel hier noch gedüngt werden kann freundchen so und dennoch da drüben die ecke mal auf der karte gesehen aber gut das kriegen wir noch schnell hin ist hier eine ungedüngte linie na danke echt mal danke so jetzt sind wir hier noch mal die ganze linie lang laufen bravo so so gut wo ist die andere ach so da ja ja alles klar äh was ist hier mit der linie ach so das ist bloß okay hier ist die linie fertig war bloß da vorne der anfang alles klar wir sind so weit okay jetzt machen wir die laden einmal voll und jetzt können wir den tank beiseite stellen eigentlich könnte man doch noch mal mit gült drüber gehen dann sind wir durch so so und rein hier diese lenkachs ich komme mit lenkachs nicht klar weil jetzt wie das jetzt legt er wieder gegen so erwarte jetzt kann ich die gärreste rüber schubsen ja na gut das will ich ja nicht machen warte mal ich könnte doch eigentlich noch mal gucken wie voll meine silage ist es ist ja 20 uhr wenn ich jetzt noch mal silage wegbringen kann da gibt es nur mittelacht money 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 so ab in die ecke mit dir so wer ist fertig ach ja du warst ja leer bevor du fertig bist musst du erst mal anfangen so 14.000 liter hier muss ich mal angleichen dann kommt die gar nicht mehr hoch okay hier im So. Du fährst ganz normal rauf und runter. Machst eine schöne flache Wendung, dass es hier geht. Ja. Hab Spaß, Freundchen. Was machst du jetzt? Was wird denn das jetzt? Komm. Keine Spielereien hier, ja? Keine dummen Spielereien hier. Du sollst einfach nur Dünge aufs Feld schütten. So. B. Pass auf. So, siehste das? Einfach nur geradeaus fahren. So. Hab Spaß, Kumpel. Mann, 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 Mann. Der kann's wenigstens. Dat läuft. Ja. Naja, gut. Bis auf hier. Damit kann ich leben. Wie schnell fährt der? 13. Aber der Grubber ist breiter. Nee. Ich muss warten, bis er durch ist. Okay. Dann hab ich gesagt, will ich jetzt gucken, ob ich hier wegfahren kann. 78.000. Jawohl, ich kann. Ähm, LKW. Da ist er. So. Es geht zur BGA. Okay. Okay. Gegenlenken. Ja. Ader war zu viel. So. Und her damit. Sehr gut. Der läuft voll. Der düngt. Der pflügt. Das heißt, ich könnte mich mal... Und die Schweine, habe ich mich gerade gekümmert? Hopp. Buh. Ich kümmere mich mal um meine. Danke. So. Was haben wir denn jetzt noch? 59.000. Das heißt, wir werden das hier aussäen. Gut. Dann kommen wir nicht wieder an Stroh. Hafer ist leer. Raps ist leer. Mais. 833. Oh, Baumwoll. 2.000. 4.300. Silage, Stroh. Und Premium-Kartoffeln. Okay. Was macht der denn da? Zumindest macht er richtig. Okay. Bist du voll? Perfekt. Entschuldigung. So. 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 Stopp. Jetzt ja zu. Oh, kommt Leute. Habt ihr einfach schon Feierabend? Hier wird 24 7 gearbeitet. Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Alle durch. Und Johnny arbeitet in vier Schichten. Rollende Schicht. Jawoll. Okay. Sehr gut. Dann werde ich wohl gleich. Oh, schade. Die gehen zwar an, aber die beiden Scheinwerfer da links und rechts am Blinker gehen nicht an. Pff. Und das gibt in kürzester Zeit Geld. Und das gibt in kürzester Zeit Geld. Ich sollte, wenn ich schon mal dabei bin, gleich mal dort fragen, ob sie Gärreste haben. Was stehst du denn hier rum? Wolltest du... Ja, keine Ahnung. Wo wollten wir hinfahren? Pff. 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 hör mal fahr du mal bitte nach fläche 2 danke und wir fahren da auch hin mal sehen wer schneller ist tschüss so und schon sind wir an der bga der fahrer ist angekommen na das freut mich doch die fahrer ist angekommen 54.000 liter das lohnt sich so stopp und rein hier danke tschüss so der ist ja noch nicht weiter du hast keine gärreste mehr mal gucken ob er bis hinten schafft fährt er mir jetzt eigentlich die kartoffel kaputt nö alles sauber und letzte meter jetzt hoffe ich mal dass hier genug gärreste drinnen sind ansonsten muss ich jetzt nämlich bis rüber fahren stopp mal gucken wirklich ist na gut dann würde ich sagen gehe ich gülle holen und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder und mit sachen sage ich danke fürs zuschauen macht's gut genießt den tag und see you later ja das beiden ja da auch ja und Untertitelung des ZDF, 2020